Ja, ich sage nur alle drei zusammen, wir sind gerade Backstage, hier bei News on Tour bei den Ballermann-Hits 2010. Und neben mir, meine Top-Favoriten für dieses Jahr, Rockstroh und ich will nur... Tanzen! Ja, das hast du sehr schön gesungen. So spontan. Danke. Wie waren die Ballermann-Hits für euch? Super. Genios, grandios. Ich muss mal schnell meine Tablette essen, ich habe nämlich gerade... Da handelt es sich aber nicht um... Nein. Nie. Nein, spektakulär, wunderbar, ich finde super, dass die Leute mit den Füßen gescharrt haben. Ist fast gar kein Sand mehr draußen, also ist spitze. Es hat gerockt. Es hat richtig gerockt, ja. Rockstroh hat gerockt. Rockstroh hat gerockt. Und jetzt will ich deinen Namen nochmal wissen. Mein Name ist Jenny. Jenny. Und du bist die bezaubernde Stimme hinter diesem Wahnsinns-Song. Genau, ja. Ist Wahnsinn. Die Frau ist nicht nur hübsch, die kann singen und... Tanzen. Nein, ich wollte wissen, ob du Solo bist. Nein, bin ich nicht. Schade. Aber, da müssen wir alle durch, ne? Da muss man durch, ja. Da muss man durch. Ich sage nur eins, let's get ready to rumble und danke schön für das Interview. Buuuuuh! 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 Vielen Dank.